In Sachsen stehen wieder Schöffenwahlen an. Nach Angaben des Justizministeriums sind für die Amtszeit ab 2019 rund 4000 dieser Ehrenamtler zu wählen. Sie wirken bei den Amts- und Landgerichten in Verhandlungen mit. Zuständig für die Wahl ist aber die Wohnsitzgemeinde. Wir zeigen am Beispiel Zwickau, was Interessenten beachten müssen. Schöffen sind in der deutschen Rechtsprechung seit über 100 Jahren ein wichtiger Bestandteil. Ihre Verantwortung ist groß. Das deutsche Strafgerichtssystem sieht vor, dass neben Berufsrichtern auch Laienrichter an Verhandlungen teilnehmen, um dieser Rechtsprechung auch eine Verankerung in der Bevölkerung zu verschaffen. Das soll eigentlich bedeuten, dass ja im Namen des Volkes recht gesprochen wird und dass eben dieser Teil der Ehrenamtler als Teil des Volkes sich aktiv daran beteiligt, gleichberechtigt wie die Berufsrichter. Bewerber sollten mindestens 25 und höchstens 70 Jahre alt sein. Und auch im Hinblick auf die verschiedenen Berufsgruppen ist eine große Vielfalt wünschenswert. Also der Idealfall ist der, der sich nicht für einen juristisch vorgebildeten hält, sondern der mit seiner ganzen Lebens-, Familien-, Berufs- und auch vielleicht privaten Erfahrung versucht dort einzubringen, weil die Palette auch an Verhandlungen mit vielen Lebensläufen von Betroffenen ist so breit, dass eigentlich gar keine Spezialisten dafür vorhanden sein können. Es gibt aber auch Einschränkungen, die der Aufnahme des Schöffenamtes entgegenstehen. Also nicht bewerben darf sich eine ganze Reihe von, also zum Beispiel Rechtsanwälte oder auch andere im juristischen Bereich, im Justizbereich, komischerweise, aber auch Apotheker oder Religionsdiener heißt das zum Beispiel, aber auch Landtags- und Bundestagsabgeordnete, die können sich also für dieses Amt nicht bewerben. Wer bis 1972 geboren ist, wird auch noch auf eine mögliche Stasi-Vergangenheit hin überprüft. Ist der Bewerber sauber, so kann er Schöffe werden. Eine Amtszeit beträgt fünf Jahre, manche bleiben aber auch viel länger dabei. Es gibt mittlerweile keine Grenze mehr. Früher war nach zwei fortlaufenden Amtszeiten Schluss, das ist geändert worden. Man kann also jetzt auch eine dritte Amtszeit machen oder eine vierte, bis man die Altersgrenze von 70 Jahren erreicht hat. Am Beispiel Zwickau erklärt der Rechtsamtsleiter, wie die einzelnen Schritte aussehen, die Interessenten nun vor sich haben. Er kann sich bei der Stadt Zwickau bewerben. Dazu gibt es einen Bewerbungs- und Fragebogen. Die legen in Papierformen im Bürgerservice und im Rechtsamt aus, aber auch auf der Internetseite, wenn man sich ein bisschen durchsucht bis zum Bereich Schöffenwahl, sind die herunterladbar. Da vor allen Dingen unser eigener Bewerbungsbogen ist ganz wichtig, der muss auch im Original ausgefüllt sein und dann bei uns bei der Stadt wieder abgegeben werden. Eine Bewerbung bedeutet aber nicht automatisch die Wahl zum Schöffen. Es wartet eine weitere kleine Hürde. Wenn sich die Kandidaten bei uns beworben haben, müssen wir für den Stadtrat eine schriftliche Vorschlagliste erstellen, die spätestens im Juni im Stadtrat beschlossen sein muss. Wir müssen zur Jahresmitte diese beschlossene Vorschlagsliste ans Amtsgericht zur weiteren Wahl der Schöffen dann abgeben können. Da in ganz Sachsen Schöffen gesucht werden, kann jeder auf der Internetseite seiner Heimatstadt oder direkt in seine Stadtverwaltung die Bewerbungsformulare beziehen.